hallo und herzlich willkommen youtube bei eurem mh26105 und ich danke euch wieder vielmals fürs einschalten heute mal seek of shanghai wie immer mit dabei ist diesmal der pekinator vom ps3 video news ich hatte gerade so einen scheiß bug bei mir war das auto die textur war gar nicht geladen erst mal beschweren und nicht mal begrüßen erst mal beschweren so gehört das spiel also ich spiele domination auf seek of shanghai wie gesagt counter und time left 15 14 13 ok 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 warum gibt es jetzt einen counter oder so ich verstehe es nicht vielleicht fängt da das spiel richtig an ich weiß nicht also hallo jetzt haben wir kaum dauern und jetzt ist es jetzt ist es schwarz ist wieder neu geladen anscheinend der kollege so pekin spielst du zum ersten mal ja also wundere dich nicht wenn dieses gebäude in der mitte einstürzt dass sie die straßen so komisch aussehen ich habe auch am anfang erst gedacht dass die texturen nicht richtig geladen sind aber da liegt dann überall staub auf den straßen alter wie es ist hängen geblieben so ich bin absolut oder was doch ich bin absolut domination capture also ich finde ich finde das ammo pack bis der drück zu rechts und dann wirft er das auf den boden sowie in teil 3 ja also das sind jetzt nur andere medikits ne also der oder medipack oder oder weiß schon was ich mache ey du kannst sogar jetzt türen zu machen du kannst sogar in der brücke wo da ist du kannst sogar die böppel da hochfahren dass da so wie so eine straßensperre ist alles geil alter du kannst sogar dick dich du kannst sogar mit einem mit dem aufzug ganz hochfahren ich mag das spielst du kannst deine sensitivität bei options auf 100 prozent kannst du schneller bewegen das da ich meine jetzt nicht dass ich also zu langsam ja die typen hauen sich von der millisekunden auf dem boden aber korte fack richtig rennen das fuk alter bin ich gerade erschrocken also das spiel ich finde es eigentlich irgendwie ganz geil im moment also das geht schon ab jetzt wo die texten bei mir geladen sind ist es okay warte wie kann man sich nochmal lehnen warte so du musst dich einfach irgendwo an so einen gegenstand stellen und dann dagegen lehnen oder so also so habe ich das gestern noch rausgefunden ah ich kann dich einladen wenn ich im spiel bin ja super das ist aber auch scheiße gemacht ja jetzt ich habe es gerade gesehen warte sollte join oder solche nicht ich weiß nicht wie viele Leute hier drunter sind ja wie ich eben vorhin geguckt habe war da was voll keine ahnung du weißt ja dass ich gerade hier das erste mal hier spiel ja komm wir zocken jetzt nächste runde join ich dir nach wenn wir in die nächste runde aufnehmen aber irgendwie finde ich gerade keine gegners die messeranimation ist jetzt geil gemacht hast du dich schon mal gesehen ich habe mal einen gemessert also die messer ist so wie früher mit kreis ist es jetzt diesmal aber da dafür dass du den messer ist äh nimmst du reißt du dem gleich die dog tags vom hals ab alter das ist geil hast du auch bei der letzten gemacht ja aber es hat mich so geil gesehen Doppel kill nein das war doch beinahe noch ein trip Alter wie mach ich die dings aus feier modus äh mit so wie früher so wie früher Alter ich hab drei monate kein battlefield gespielt äh ich glaube runter runter drücken OPG ja runter drücken äh rechts steht dann auto oder single und ich habe immer auto feier gemacht also das ist irgendwie geiler so volle munition raus donnern also ins sieg auf shanghai ist bei der flagge c irgendwo ein aufzug im gebäude und damit kannst du ganz oben auf das gebäude fahren das ist eigentlich geil gemacht das war auch im trailer so ich hab's gesehen ja ich hab's auch gesehen Alter willst du hier den gaming news typen belehren? nein ich hab's doch nur gesagt kollege äh ne 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 wollen wir uns jetzt hauen aber 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 jetzt hab ich schon schade äh der mann der löst schneller den fallschirm aus was ich geiler finde oh das hab ich platt gemacht du Hurenzen alter das ist doch scheiße hier ist alles oh ja mein aim ist das geilste der Welt alter ich könnte schon wieder anfangen zu kotzen ey ich möchte bei keinem typen spawnen ach wir haben keine flaggen ah ich hab keine andere Wahl super was ich aber cool finde ist dass die kamera äh von dem typen man sieht oder so ja das ist irgendwie besser gemacht als wie in battlefield 3 ne ja das schon aber das ist gar nicht so scheiße alles ja ich war auch beim ersten spiel so pecky mach dir keine sorgen alter ich hab nur einen kill gemacht und bin glaub ich da erst nicht mal gestorben oder so also der ne der läuft sich bei mir grade irgendwie besser also ich kann nicht ich hab die ganze burst ach so jetzt erst hab ich nochmal bam aber ist ihm aufgefallen dass man schneller getötet wird oder man schneller umbringen kann ich bin one shot gewesen ja snipper bestimmt nein irgendwie engineer oder so ach fick dich engineer schon wieder bam ein gemessert und die dog tags abgerissen ja weil es ist nicht irgendwie find ich es seltsam das Gameplay weißt du oh ach so nett nein alter du hältst mit dem Messer auf ach mit dem Messer mit der Pistel alter eine Frage gibt es immer noch diese Defribolla ja aber den musst du erst freischalten ähm am Anfang hast du glaub ich nur so'n so'n noob tube dabei ne äh ja das musst du freischalten ich glaub das ist bei level 2 oder so wo du das bekommst das dauert aber nicht lange aber die gibt's noch die kannst du sogar noch auswählen das hab ich gesehen ach scheiße was mich übertrieben nervt ist die Lebensanzeige wieso nein du und die Sohn weißt du wieso man achtet überhaupt nicht drauf wie viel Leben man hat äh das unten rechts ne früher war die links über der Map ja und das war besser man hat da besser das alles gesehen ja irgendwie schon Granate wirfst du jetzt mit L2 ne ich bin grad auf dem Dach von diesem einen Markt oder so ja ja bin wir aufzugucken gefahren oder so oder auf diese Glasscheiben da hoch oder diese Glasscheiben ja ja da an der Seite ne ich bin bei dem gespawnt deswegen nein du Hunde suche das ist doch alles behindert äh wie sieht man hier nochmal die Stats alter ja ich weiß es auch nicht ja ich such's auch gerade ey wie viel hab ich 11 zu 4 ich meine andersrum 4 zu 11 wo steht mit gerade hier Spielende zu spielende okay you have been promoted alter level 1 oh yeah oh wo ist die Promotion wo ist das dauert aber so lang alter wenn man Level abkommt wo ist das auch meine Knochen wow das sind zwei gespawnt was ich fühl mich ich ich hab irgendwie ich kanns irgendwie nicht spielen ja ich kann ich bin auch nicht der beste hier in battlefield 4 alter irgendwie battlefield 3 das ist immer halt gewöhnt weiß ich mal nein ach man man hätte das gerade hier kaputt gegangen ah oh yeah anime kill it oh yeah oh yeah ich weiß dass ich ey da gibt es immer noch den Nachladebug immer noch welchen war das doch mal äh du lädst nach aber du siehst nicht dass er das Magazin wechselt ach so das ja und dann hast du auf einmal trotzdem die Schussanzahl das hatte ich eben gerade bei meinem MG das ist ja scheiße ey also das sollte Battlefield 4 noch behoben in Battlefield 4 noch behoben werden dass es den nach dass endlich der Nachladebug rausgepatcht wird weil das nervt das nervt alter weißt du ich hab gerade richtig viele äh Ladeprobleme bei mir werden die äh Soldaten äh also von meinem Team nicht geladen ich sehe nur die Waffen von denen anime kill it hast du das gehört? ja das ist am Anfang so das ist am Anfang so wenn du die der Gruppe neu joinst das ist so ich bin Dings gewesen hm ich war von Anfang an einfach an der Gruppe getrieben das ist Dings da rumgehalten ja das ist so das ist so das ist so das ist bei mir auch so das ist so was ist denn mit der Hitbox jetzt? ist der wirklich auch so scheiße jetzt wie ein COD oder wie? das hat Lux Hitbox ist das äh wo dich die Gegner treffen müssen damit du stirbst ach das ach das das kann ich dir leider nicht vermitteln weil ich COD nicht so besonders liebe Alter ich hab nur noch 9% Leben also ich glaub ich die ganze Zeit das war gerade so ne geile Szene wenn du das gesehen hättest wie wärst du ausgerastet ähm ich hab gerade auf einen Typen mit meiner ich nenns mal AK geschossen ja und der hat hier zum RPG ja der schießt ich seh das gerade nur Millie Sekunde nein ich hab's genau gesehen alter ich duck mich und das fliegt an meinem Kopf vorbei wir haben hat unser Team schon gewonnen und da würd ich einfach mal sagen sehen wir uns in der nächsten Runde wieder wenns wieder heißt Let's test Battlefield 4 Beta mit eurem MH26105 und NEIN sind wir OH NEIN im Sony Stiles ach Sony Stiles Gaming ja Sony Stiles ich Sony Stiles mit Sony Stiles mit der Packy machts gut tschau